Der war so ein Hallo zu Carrion. Wir haben ja gerade gepanzerte Kriegsführung. Erfolgreich. Gemeistert. Keine Ahnung wo ich jetzt bin. Ich bin tot. Sowas von tot. Muss ich hier jetzt tatsächlich ins andere Level zurück, nur um den Strom aufzuladen. Ich bin schon wieder irgendwo falsch abgewogen. War hier unten Strom? Nein. Es war doch hier gleich ums Eck irgendwo. Ah von da bin ich gekommen. Das war so dumm. Das war so dumm. Okay. Das war schon wieder so dumm. Egal. Irgendwie muss es hier gehen. So. Da. Mal hier. Okay. Mal hier. 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 das ist doch gut los m und und kombiniert es ist doch der britannische dingens da weiter macht überhaupt keinen sinn dass ich jetzt da wieder bin das ist überhaupt nicht hier ist er ok was passiert ich würde sagen also für euch ist es die gleiche folge aber ich mache jetzt erstmal die spielpause speichert hier nochmal so an alle twitch zuschauer ja was wollte jetzt eigentlich sagen muss erstmal wieder ins spiel reinkommen wo bin ich hier eigentlich das ist eine sehr gute frage wo bin ich wo muss ich hin karte gibt es nicht wieder das speicherproblem ich glaube nämlich wir waren wir schon ganz wo anders aber er hat wieder irgendwie nicht so wirklich gespeichert an dem punkt wo ich zuletzt war das nervt mir grad ziemlich und hier komme ich ja nirgends hin dann da rauf und da komme ich auch nirgends hin kaum hat man ein bisserl länger nicht gespielt überhaupt kein durchblick mehr ach hier hier rein ja genau und dann sind wir hier hier geht's runter hier geht's rauf hier geht's rauf hier geht's rauf ok was war das nein das war das das war das ok wir kommen jetzt hier wieder runter ok ich verstehe das problem ich kann hier nur durch wenn ich klein bin dann muss ich erstmal hier bisschen biomasse ablegen und hier unsichtbar machen hier durch ok hat natürlich ganz klar den sinn dass das spiel nicht will dass ich hier zu zu mächtig bin moment wenn ich hier rauf gehe scheint jetzt erstmal nix zu bringen das kann ich nicht machen hier war das parasitismus ok kann ich so nicht umbringen ok ich kann hier runter gehen mit dem beziehungsweise kann man so hinstellen und dann ist es sowieso auch tot fristen mal gut wenn wir hier erstmal bisserl aufräumen und hier und hier und hier der bringt uns jetzt erstmal nix der kann uns nur den fahrstuhl hochschieben Dass man tatsächlich so jetzt erstmal nix bringt. Hm. Ich kam von unten rein. Okay. Moment. Wenn ich hier bin. Okay. Beenden wir das Ganze mal. Wenn wir hier rein quicken. Ja, das bringt nix. Ist aber kein Stress. Ich kann mir hier außen rum auch rum. So, hier brauchen wir einen Kern, der irgendwo rumliegt. Hier kann ich nicht rein. Das ist hier unten. Da ist der Speicherpunkt. Zu dem ich aber erstmal nicht hinkomme, weil ich halt so klein bin. Ach so. Ja, der macht da erstmal gar nix. auch spannend. Auch spannend. Okay. Das bringt mir nix. Das bringt mir nix. Das bringt hier jetzt erstmal auch nix. hier habe ich irgendeinen Aufzug. ja, es wird wieder spannend. wo ich hier irgendwas geschissen bekommen. Ich habe jetzt selber tatsächlich den Weg versperrt. Ganz toll. Hier oben liegt ja nur eine Leiche. Hier oben liegt ja nur eine Leiche. Die mir aber so jetzt erstmal überhaupt nix bringt. Den Hebel kann ich nicht betätigen. Der Hebel bringt jetzt erstmal gar nix. Der Hebel bringt jetzt erstmal gar nix. Ah, und drauf komme ich auch nix. Ah, und drauf komme ich auch nix. Da wird tatsächlich selber eingesperrt. Ah, und drauf komme ich auch nix. Liebe Spielentwickler. Okay. Ich dachte schon. Das wäre jetzt natürlich sehr, sehr ungünstig gewesen. Und hier nicht mehr weiterkommen. Okay. Hier. 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 Also. Hier. 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 Hier unten. Hier. kann herunterschießen aber bringt jetzt auch nix und die kann darunter war nicht so gut kein aufzug wieder runterschießen halt die frage was mir das bringt nix offensichtlich erscheint nix es kaputt macht es ist halt ablöten muss ja leiche mit runterschleppen auch irgendwas wo ich das glas durch nicht fressen bist du auf dass du den frist ist doch denn dann nur aufwürfen ja blöd genau das wird so nix das bringt überhaupt nix den fahrstuhl kann ich den tatsächlich nur da unten weg schießen das ist natürlich schon sehr sehr blöd so irgendwie ich komme hier nicht weiter ach hier irgendwie irgendwas gut türme aufladen wo bin ich denn jetzt hinkomme oh ok das ist irgendwie was hin da geh her ok fall mal runter dann marschierst du hier hin machst mich hier auf sehr gut jetzt kommen wir nämlich da runter ok alles gut so ging es warum ich das vorher nicht gesehen habe weiß ich nicht ah stopp 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 hier war ja eh richtig ok ok und jetzt kann ich da rauf und geht das geht nicht ok geht das ok und und die leiche Ah, warum gehst du jetzt wieder nicht? So, hier haben wir... Wo haben wir denn die Leiche vorher hingeschmissen? Hm. Blöd, jetzt ist die weg. Ah, da ist sie. Bin mir aber fast sicher, dass ich mit dir irgendwas machen muss. Ja, der kann halt nicht springen. Hm. Was bringt mir das, wenn der Fahrstuhl jetzt da oben ist? Gar nichts. Ich bring den jetzt auch nicht mehr runter. Hier ist auch kein Hebel, dass ich ihn runterbringe. Der ist jetzt einfach da oben. Okay. Hm. Ist das Mist. 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 Stopp, 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 stopp. Ob wir es kriegen. Aber da komme ich auch nicht hin. Ah. Weil das Teil kaputt ist. Ah. Aber, aber, stopp, stopp, stopp. Hier kann die halt rein. Reinsch. Stell dir halt nicht so an. Da ist 16 Minuten schon wieder um. Wir rumgerätseln. Ich glaube, es reicht für die Folge. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Ansehen. Weiter geht's in der nächsten Folge. Jetzt weiß noch nicht.